Das ist Late-Update. Genau, ich will über Burka reden. St. Gallen hat ja seit dem 1. Januar ein Verheulungsverbot. This woman likes that you take off your Burka. Now! Oh, hoch, hoch, hoch! Nein! Yeses! Unser Aussenkorrespondent. Helikopter! Sie haben nur zweimal im Monat Suizidgedanken. Sie sind nur so ein bisschen manisch depressiv. Sie sind perfekt für den Zivilschutz. Grüß dich. Was diskriminierend ist und was nicht, das entscheide immer noch ich. Ich bin schliesslich die Expertin. Und ich habe mein Diplom an einer Uni gemacht und nicht irgendwo in Afrika. Jawohl! Zibel Arslan! Ihr habt schon mal mit deinem Bruder zusammen eine Shisha-Bar geführt. Ich bin mit meinen Freunden dort auch mal abgestürzt. Was haben wir bei euch wirklich genau geraucht? Das ist ein Geschäftsgeheimnis. Das ist... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020